Okay, war's dir. So, wir haben ja in der Basisdemokratischen Abstimmung in der Pre-Show festgestellt, wir reden heute über Zahlungsmittel. Und ich schildere euch kurz ein Problem, da wo jetzt 80% der Leute sagen würden, warte, keinen Sinn, habe ich nicht. Ich habe mehr als eine Kreditkarte. Nicht, weil ich damit gegenseitig Kredite ablöse, so wie man das in Amerika als Volksbord betreibt, sondern ich habe eine Kreditkarte von meinem N26-Konto, eine Debitkarte von meinem N26-Konto, ich habe eine Kreditkarte von Amazon, Amazon-Gummipunkte, ich habe eine Kreditkarte von der Sparkasse und ich habe von meinem Firmenkonto auch eine Kreditkarte. Jetzt benutzt man halt für verschiedene Dinge verschiedene Karten aus Gründen. So, und eine der Sachen, die ich zum Beispiel habe, ich habe so App-Store-Accounts von verschiedenen App-Stores und manchmal kauft man sich halt ein Spiel und spielt es und manchmal kauft man sich irgendwie die Business-Casper-App und jetzt möchte man diese, dass die eine Business-Casper-App vom Geschäftskonto bezahlen und die andere Geschichte möchte man vom Privatkonto bezahlen und genauso geht man manchmal in den Laden und kauft irgendwas vom Geschäftskonto. Ich habe aber keinen Bock, die Geschäftskontokarte mitzunehmen. Ich habe nämlich auch gar keine. Ich habe eine virtuelle Mastercard von denen und keine Plastikkarte. Und manchmal möchte ich ja dann aber mit der Amazon-Karte bezahlen, weil es da Gummipunkte für gibt. Manchmal möchte ich die 26-Karte bezahlen und ich möchte nicht immer alle Karten dabei haben müssen. Das ist die Lösung. Alle Karten in Apple oder Google Pay zu haben ist die eine Lösung. Festzustellen, dass man in der Realität angekommen ist, wo es diese ganzen Karten nicht in Apple oder Google Pay gibt, ist das eigentlich ein Problem. Deswegen geht es heute um eine Proxy-Kreditkarte, nämlich die Curve-Kreditkarte. Das ist eine Kreditkarte hinter der ich alle meine sonstigen Visa und Mastercards hinterlegen kann. Und mit der kann ich dann bezahlen. Und ich wähle bevor dem Zahlungsvorgang, wähle ich in einer App aus, welche Kreditkarte dahinter denn benutzt werden soll. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich weiß, ich kaufe jetzt gleich irgendwie OmniFocus im App Store und das ist eine Business-Ausgabe. Dann wähle ich vorher meine Contest-Mastercard aus und dann wird es von meinem Contest-Konto abgebucht. Das geht natürlich erst in die Curve rein. Curve schiebt es direkt durch ans Contest-Konto. Der Push von Contest kommt auch einfach instant. Der kommt gleichzeitig mit der Curve-Abbuchung und dann geht es von der Karte weg. Und das ist tatsächlich relativ nett. Und jetzt kann man, passiert es mir, ihr habt ja schon vielleicht heute in der Saison mal mitbekommen, ich, Bestellvorgang, ohne Gehirn meistens. Erst kaufen, dann nachdenken. Genau. Und dann stehst du so da und denkst dir, verdammte Hacke, das wäre jetzt eigentlich ein Geschäftseinkauf gewesen. Vielleicht fällt dir das auch erst eine Woche später auf, weil man da erst irgendwie so ein bisschen an Buchhaltung denkt. Da haben die tatsächlich so ein Time-Travel-Feature, wo du sagen kannst, das war falsch, was ich da gemacht habe. Ich möchte jetzt den Betrag, den ich da und da gekauft habe, innerhalb von, glaube ich, 14 Tagen, den wollte ich gar nicht mit dem Konto bezahlen. Und dann drückst du drauf und sagst, ich möchte es mit dem Konto bezahlen. Dann erscheint ein Fluxkompensator-Logo auf deiner Kreditkarte. Und unrealistisch. Sainsbury's und Spread Eagle in Camden mit Euros? Nein. Ah, who knows? Who knows? Naja, und dann wird das von der einen, auf der einen Karte gut geschrieben und auf der anderen Karte wieder belastet. Und das ist tatsächlich relativ fancy. Man kann auch noch Cashback, drei Retailer angeben, bei denen man ein Prozent Cashback bekommt. Man hat bei Apple Card gemerkt, wie super toll Cashback offensichtlich ist. Und das Schöne an der Sache, das Schöne an der Sache ist, das ganze Ding ist kostenlos. Was, mit was werden sie wohl Geld machen? Sie werden irgendwie Daten sammeln, gehe ich mal stark davon aus. Es ist halt auch irgendwie eine Bank und bla, bla, bla. Sie nehmen... Der Laden sieht auch gut aus. Das könnte man sich mal genauer angucken. Vielleicht. Sehr lustiger Name auch. Spread. Ja. Nee. Essen, zack, abgelenkt. Genau. Also, das muss man sich natürlich... Also, darüber muss man sich klar sein. In dem Moment, wo man diese Karte als einzige Bezahlungskarte benutzt, hat man einen Point of Contact, die alles über deine Shopping-Gewohnheiten wissen. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Das ist jedem selbst überlassen. Und, ähm, es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt auch eine Bezahlvariante, die hat irgendwelche anderen Sachen, die mich alle nicht interessiert haben. Das ist eine britische Bude. Ja. Und der Händler sieht der, sieht der, der sieht die Curve-Nummer, oder? Der sieht nur die Curve-Nummer. Genau. Also, der, der weiß von deiner tatsächlichen Kreditkarte nichts. Und, ähm, ob man das jetzt will oder nicht. Also, das ist tatsächlich, ist auch eine Debitkarte in dem Fall. Also, sie wird als Debitkarte erkannt. Sie wird als englische Debitkarte erkannt. Du hältst sie also an irgendeinem Terminal dran, das schaltet sofort auf Englisch. Ist jetzt nicht weit schlimm. Ähm, man hat nicht irgendwie Auslandseinsatzgebühren. Die nehmen auch sonst keine Gebühren. Ähm, kann man machen. Man kann diese, diese Karte auch aufladen. Das ist, mein erster Zahlungsvorgang ist fehlgeschlagen, weil ich aus Versehen, ähm, Curve, ähm, Curve-Credit genommen habe, oder Curve, was auch immer. Man kann das halt vorher aufladen. Und da war natürlich nichts drauf. Und dann konnte ich natürlich nicht bezahlen. Das habe ich ja nicht geschnallt. Das ist saublöd, wenn man das gemacht hat und in einem Laden steht, wo man kein Netz hat oder Auto-Kunde ist. Dann kann man das halt im Laden nicht mehr umschalten. Und dann steht man da. Und wenn man nur noch diese Karte dabei hat, dann muss man sagen, ich gehe mal kurz raus und schalte meine Kreditkarte um. Dann gucken sie dich an wie ein Haus und glauben, dass du jetzt davonläufst. Ähm, passiert. Also, das Konzept ist halt, ist ein bisschen wild. Hast du die Curve Blue genommen? Die ganz normale halt, die nichts kostet. Also, ich nehme mal an, dass das die Curve Blue ist, weil sie ist blau. Ja, das ist okay. Es ist auch schön, das ist eine der wenigen Kreditkarten, die ich habe, oder die einzige sogar, die man von vorne in die Kamera halten kann, ohne dass man Angst haben muss, dass jemand die Kartennummer klaut, weil die nämlich einfach nur hinten aufgedruckt ist. Ähm, genau. Und das ist, äh, also, der gefällt mir gut. Es gehen nur Master- und Visa-Karten, man kann keine Amex oder Discover und Co. reinklemmen, das gibt's halt einfach nicht. Amex, Visa, sonst nix. Äh, Mastercard, Visa, sonst nix. Ähm, ja, das, äh, das ist... Und dein Grund ist wirklich der Hauptgrund ist, der Hauptgrund ist, alles auf einer Karte haben möchtest. Alles auf einer Karte, ähm, dass ich, dass ich Geschäfts- und Privatausgaben voneinander trennen kann. Ähm. Wenn die jetzt Google Pay unterstützen würden. Das wäre ziemlich gut. Oder Apple Pay. Tun sie aber noch nicht. Das könnten sie aber machen und dann wäre das halt... Das wäre so gut. Nett. Ähm, ich, ich habe halt unter anderem deswegen Banken, die halt Apple Pay können. Ja. Ja, und das ist halt dann... Ich habe mir halt Banken danach ausgesucht, äh, was, was ich von der Bank möchte. Und das war halt Apple Pay oder Google Pay nicht mein Top-Kriterium. Ähm. Das ist ein sehr hohes Top-Kriterium. Ja, für mich war tatsächlich, ich habe, ich habe ja, also, äh, mein N26-Konto, das kann das ja sowieso. Ähm, das Sparkassenkonto... Bald, bald. Ja. Dieses Jahr noch. Auf Android ist es die Hölle einfach. Das ist einfach so schrecklich, weil sie ja auf Android sagen, ah, Google Pay, um Gottes Willen, nein, wir machen... Aber meine NFC geht voll gut. Ja, das ist so schrecklich. Es ist, weil sie haben ja ihre eigene App und du kannst, du wählst halt eine Payment-App aus. Und dann kannst du halt sagen, entweder hast du Google Pay oder du machst Sparkassen-Quatsch-Geld-Rumschieberei-Geschichten, die dann nicht mal das richtig... Ah, es ist einfach schrecklich. Ähm, ich möchte nicht drüber reden, das ist einfach sehr furchtbar. Und, ähm, für mein Geschäft habe ich halt dieses Kontist-Konto, der eine oder andere erinnert sich, äh, weil das halt mich davor bewahrt, Geld auszugeben, das dem Finanzamt gehört. Und, äh, wie sie schon diese Sendung ein paar Mal mitbekommen haben, ich, einkaufen, ist meistens ohne Gehirn. Äh, deswegen ist es gut, wenn das Konto sagt, also, da liegt jetzt irgendwie 1.000 Euro drauf und das Konto sagt, da liegen 2.000 Euro drauf, aber da liegen keine 1.000 Euro drauf, weil die 1.000 Euro gehören dem Finanzamt. Und dann gebe ich sie auch nicht aus. So einfach ist es. Ich brauche sowas. Das ist leider... Das ist, äh... Ja. Genau. Hörer fragt, wie ist denn das mit der Schufe und den vielen Karten? Äh, ich glaube, relativ wurscht, weil es ist ja kein Kredit, keine richtige. Genau, da ist ja, du hast keinen Kreditrahmen auf der Karte. Das ist eine Debitkarte. Ähm, und... Wen es interessiert, dem kann sich ja diese Schufe selbst aus Konten mal rauslassen. Da steht dann drin, welche Konten, ähm, bei der Schufe überhaupt erst aufschlagen und welche nicht. Also das, ja, da ist, ist das nicht dabei, weil, äh, kein Kreditrahmen und, also, sie machen, die Karte wird auch die Client in dem Moment, wo deine Karte dahinter die Client wird. Weil deswegen kommt halt vermutlich der, zum Beispiel in dem Fall der Kontist oder der N26 Push zeitgleich, weil sie sofort hinten die, die, äh, Abfrage an den, an den Issuer von der Originalkarte machen und damit dann halt auch vor dem Terminal sagen können. Nee. Ja. Okay. Gut. Wir linken das mal, könnt ihr euch anschauen. Genau, der, ich weiß nicht. Ich glaube mit dem, ich habe den Link reingepostet, da bekommt man irgendwas. Ich glaube 5 Pfund. Also nicht 5 Pfund, irgendwas, sondern 5 britische Pfund. 5 britische Pfund, das ist ja in 1, 2 Monaten nur noch 5 Cent wert. Also jetzt sofort abschließen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ist irgendwie interessant, dass das überhaupt geht, dass das Visa Mastercard zulassen, das hört, das hört sich an wie Betrug, aber, ich wollte es nicht so sagen, aber ja. Aber wahrscheinlich ist das voll legit und, nehme ich mal an, in der FAQ steht, sie machen nichts Böses mit deinen Daten. Ja, dann muss es stimmen. Dann wird es wohl stimmen. Ja. Okay. Vielen Dank.